Hallo und herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Heute geht es um den Schnellstart für Black Cube 2 und Black Cube SE 2. Schön, dass ihr da seid. Black Cube 2 und Black Cube SE 2 gehören zu den sehr gut laufenden Produkten aus der Lehmann Audio Produktreihe. Und ich bekomme immer wieder Fragen, wie diese Geräte möglichst schnell in Betrieb genommen werden. Viele Leute sind etwas verunsichert, ob der Dip-Schalter, die da drunter sind. Und im Endeffekt ist es aber wirklich ganz einfach. Zunächst mal ist es so, dass alle unsere Geräte, auch Black Cube 2 und Black Cube SE 2, von Hause aus fertig konfiguriert sind für alle MM-Tonabnehmer. MM-Tonabnehmer sind zum Beispiel die komplette Ortofon 2M-Reihe oder Nagaoka MP und JT oder die Goldring 1000er Serie und so weiter. Das sind alles Tonabnehmer, die im Bereich um 3 bis 5 Millivolt Ausgangsspannung haben und wo dann in der Betriebserleitung steht, man möge sie bitte mit 47 Kiloohm abschließen. Diese Einstellung ist bei Black Cube 2 und Black Cube SE 2 direkt drin. Das heißt, man kann sofort out of the box, direkt nach dem Auspacken, einfach nur loslegen und schließt einfach das Gerät an, beim Black Cube SE 2 an das PWX und beim Black Cube 2 an das kleine Netzteil und dann einfach nur noch den Anschluss an den Plattenspieler und die Anlage. Die Geräteanschlüsse beim Black Cube 2 SE 2 Audio Gerät sind so gestaltet, dass wenn man von oben drauf guckt, zuerst links die beiden roten Buchsen sind und rechts die beiden schwarzen Buchsen und wenn man von oben drauf guckt, ist jeweils links der Eingang, rechts daneben der Ausgang für den jeweils gleichen Kanal. Und das ist es dann auch schon. Mehr braucht man nicht zu machen. Und wenn man einen MC-Turmleitnehmer hat, ist das Ganze geringfügig komplizierter. Aber dann ist es auch so, dass man sich darauf verlassen kann, okay, wir haben wie bei allen Lehmann-Audio-Phono-Vorverstärken eine unabhängige Einstellung von Verstärkung und vom Lastwiderstand, also vom Abschluss. Das heißt, hier können wir hingehen und zunächst einfach mal die notwendige Verstärkung auswählen. Hier unten drunter sind die Verstärkungsschalter. Die DIP-Schalter, die in der Gebrauchsanweisung mit A bezeichnet sind, das sind die beiden 4er-DIP-Schalter, sind ebenfalls bei allen Lehmann-Audio-Blackcube-Versionen gleich. Und da ist der Schalter 1 zuständig für die Umschaltung zwischen MM und MC. Der macht 20 dB Verstärkungsumschaltung. Und der Schalter 1 oder die Schalter 1 bei den 3er-DIP-Schaltern, die als DIP-Schalter B bezeichnet sind, der macht nochmal 10 dB zusätzlich. Die sind standardmäßig drin eingestellt. Wenn man einen MC-Tonabnehmer hat, wird man also in der Regel hingehen, bei einem Low-Output-MC-System und die Schalter 1 der DIP-Schalter A aktivieren. Damit hat man dann zusammen mit den DIP-Schaltern 1 der DIP-Schalter B, mit der 3er-Schalter, insgesamt 66 dB Verstärkung. Und dann kann man sich in Ruhe darum kümmern, mit welchem Abschlusswiderstand diese Systeme betrieben werden. Zum Thema Abschlusswiderstand habe ich bereits ein separates Video erstellt. Da möchte ich hier nicht nochmal drauf eingehen. Einfach nur nochmal der Hinweis, dass das MC-Tonabnehmer mit Faktor 10 des Innenwiderstandes abgeschlossen werden soll. Möglichst nicht darunter, sonst gibt es Pegelverlust. Und das ist es dann. Was einem noch auffällt beim Black Cube SE 2, Black Cube 2 sind die zusätzlichen Schalter. Diese zusätzlichen Schalter sind aber nur notwendig für den Fall, dass es irgendwelche Bassprobleme gibt. Das heißt, wenn die Lautsprecher zu nah an der Wand sind oder wenn man relativ viele verwelte Platten hat oder wenn es insgesamt irgendwelche Raumprobleme gibt mit dem Bass. Da kann man dann die Tabelle, die wir jetzt hier eingeblendet sehen, zurate ziehen. Es gibt ein relativ weites Spektrum der Anpassung von, das geht glaube ich um ungefähr 7 Hertz oder 8 Hertz, bis circa 80 oder 90 Hertz. Und da kann man dann die entsprechenden Frequenzen wählen, also die entsprechende Eckfrequenz. Da wird dann die Eckfrequenz je nach Schalterstellung sozusagen nach und nach nach oben geschoben. Und kleiner Hinweis noch hier dazu. Natürlich hört man den Unterschied zwischen den verschiedenen Schalterstellungen nur, wenn auch die Lautsprecherboxen in der Lage sind, diese Frequenzen, die ja allesamt unter 100 Hertz sind, wirklich auch wiederzugeben. Also mit einer kleinen Zweiwegbox ist das schon eher schwierig, das überhaupt darzustellen. Ja, das ist es schon. Es ist von daher gar nicht kompliziert. Die Tabelle von den Frequenzen ist in der Gebrauchsanweisung drin. Bei MM kann man einfach so den Black Cube 2, Black Cube SE 2 direkt anschließen, wie er aus der Kiste kommt. Man muss nichts weiter tun und kann sich darauf verlassen, dass das Teil direkt aus der Kiste perfekt eingestellt ist. Nochmal kurz zu dem Unterschied zwischen dem Black Cube 2 und Black Cube SE 2. Black Cube 2 hat hier das kleine Netzteil, was auch eines von uns entwickeltes Netzteil ist mit plus minus 15 Volt. Und der Black Cube SE 2 kommt dann als einziger Unterschied mit dem großen PWX-Netzteil, was deutlich mehr Autorität im Bass und mehr Nachdruck und einen besseren Raum usw. hervorruft bei der Wiedergabe. Das muss man gehört haben, um es wirklich so nachvollziehen zu können. Und dann möchte man aber in der Regel diesen Unterschied nicht mehr missen. Ja, das war es von meiner Seite. Ich freue mich über Abos. Ich freue mich auch über Hinweise, mit was für Systemen die Geräte betrieben werden. Likes und Teilen freue ich mich natürlich auch darüber. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal. Bis dann. Musik 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 Musik